So, können wir die aufmachen? Bereit zum Aufbruch? Ich komme nicht durch. Jo. Gehen wir mal gucken, was hier oben abgeht. Also irgendwas schnarcht hier ganz gewaltig. Eintoffel! Wunderschönen guten Abend. Oh ja, das fiel. Ja, aber dann zählt das ja bei mir nicht. Das sieht nach Ärger aus. Vielleicht kann er uns aber auch helfen. Vielleicht. Maybe, baby. So, Toffel, wie geht's dir? Alles im grünen Bereich. Wo treibst du dich rum? Einmal quer durch. Mein Vater wäre stolz. Gelernter Metzger. Du bist ein Aufständiger. Komm doch her. Mit deinem Motorradhelm. Richtig zu Hause ist das Imperium hier nicht. Nee. Die treiben sich hier auch nur irgendwie rum. Ah, guck mal hier. Ja, toll. Das ist was von, was wir von da drüben gesehen haben. Aber Informationen haben wir jetzt nicht gekriegt. Was höre ich denn da? Das Ding macht so Geräusche. Diese Woche bei Halle. Also Heimat, na. Nächste Woche vermutlich Dresden. Euer Süße. Dann hast du ja gar nicht so weit. Was machen die Dinger? Nee, nee, nee. Oh, guck mal. Gehst du. Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Die ist zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht können wir hier gleich irgendwo rum. Rum. Samen. Goldlichtmoos. Hört sich an wie so eine Kneipe von den Simpsons. Goldlichtmoos. So. Können wir hier mal ein bisschen laufen. Wie er es übertreibt mit seiner Akrobatik, ne? Bin ich hier überhaupt richtig? Ich laufe hier einfach wieder irgendwelche Wege, die ich gefunden habe. Aber ja. Bestimmt. Okay. 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 Oh, kriegen wir jetzt so einen Drachen wie bei Avatar? Die Chancen stehen gegen uns. Aber sie werden immer gegen uns stehen. Kerl, du wirst dich nicht aus jeder Situation freikämpfen können. Verstehst du das? Klubschraube. Nee. Zähmen? Alter. Ich kann fliegen. Oh, wie geil. Oh. Ja, danke. Hau mich doch an die Wand. Wollen wir in die Richtung? Ja, wir gehen mal in die Richtung. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Kann ich auch hoch? Nee. Ah, doch. Kann ich das vier rufen? Was sind das für Geräusche hier? Ja, cool. Ganz wieder die verschlossene Tür. Diesmal von der anderen Seite vielleicht. Jawohl. Jawohl. Komm, dann können wir hier direkt mal... Ich muss meine Mitte finden. Ja, eigentlich haben wir alles schon erledigt, ne? Speichern. Und... Gegner respawnen. Jetzt bin ich auf der Seite. verstehe cool so kommt wieder eins zum anderen drei leute das papier so noch fragen da ist ja wieder mein mein wellensittich kleiner wellensittich da können wir dann hoch muss ich doch hoch sie fast so aus ja okay dann hoch chain gar nicht der laser trainieren diese gesamte struktur ist die anlage wofür das können wir gleich herausfinden wo 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 aber ich werde sterben ich bin gestorben bisschen lenken so was ist das das gleiche wie vorhin auch digga so das müssen wir bestimmt drehen damit wir das da aufmachen können akum oder es gibt nur einen auszupenden nun mal der uno da komme ich doch nicht durch oder da geht es mal wieder hoch zur treppe okay zu dem anderen strahl dann gehen wir erst mal weiter aber die vogel befreit das sollte reichen weiter geht's bist du jetzt mein freund bibel hat mich im stich gelassen kurz lage checken ich gehe mal gucken hier dürfte mir jetzt nichts passieren da kann ich ja wieder hoch da bin ich wieder genau da wie ich vorhin war das heißt dann muss ich ja dann auch gar nicht mehr unbedingt hin einmal einmal so so geht nicht weiter in die richtung ich glaube wir müssen doch mal hier die lage checken genau ich kann sie nicht öffnen wer hätte es gedacht okay gut vielleicht kann ich da hinten jetzt aber doch weiter weil wir die struktur entfernt haben und da liegt da steht die kiste okay hier bin ich natürlich ich bin geschalten bad baut geht's ja nicht weiter geht's ja nicht weiter geht's ja nicht weiter ab in die richtung so gucken wir mal ob es da hinten weitergeht ich bin mir nicht mehr sicher ob da noch eine ecke war wo wir nicht lang konnten aber ich sehe da eine kiste rein als wenn ich hier mit vollgas durch rennen durch die vier schaffe ich das dann da hinten hoch so ein wellensittich da hinten ja ich glaube ich komme jetzt auch so hin ich frage mich wie lange das ding hier drin festsaß wie es aussieht kann diese seltsame materie hier unterschiedliche formen annehmen hoffen wir dass wir im turm der anlage ein paar antworten finden gehen wir mal gucken ach so das war das sie ist jetzt kommen wir hier vorbei kiste schlägt wieder sonnen triceratops ohne hörner da müssen wir hin können noch dahin die sind nur rechts von dem behälter von den pipelines keine ahnung ich bin das eine rolle ich meine dass niemand kommt in diesen turm rein oder am beifahrer jawoll die die schießt auf granate sohn wer die lütten da geht's ins türmchen und hierhin ist die abkürzung ja das ist die abkürzung so ich hätte auch schon gern das feeder getötet komme ich denn dahin ohne von den blauen vier an der angegriffen zu werden easy easy peasy lemon squeezy gehen wir mal darüber gucken mal ob sich hier noch was versteckt an lud oder so das ist nur zum retten warum auch immer man hier unterfallen sollte kann man hier rüber hüten das ist wahrscheinlich die falle okay dann wollen wir wieder so eine kugel kriemann die jetzt her überlegen ich meine wir brauchen die kugeln ja wir haben zwei stück okay okay pass auf ist wieder so ein typisches kinderrätsel ding ruhig früher schon sehr schlecht dran war so wir brauchen die kugel von dahinten das heißt wir bewegen das teil mal in die richtung gehen hier rüber dann nehmen wir naja so gut jetzt so dann holen wir uns die kugel die da und dann gehen wir mal wieder zurück alles glatt so ist viel spaß ich habe die anfrage schon gestellt wegen morgen ich sag dir bescheid ob das klappt oder nicht schmolz direkt da hoch jetzt verliere ich sie bestimmt ja da ist mitkommen kann ich springen ich muss uns mal darüber jede golf die gleiche die sie es kann man versorgt hat wir nähern uns hier ist gar kein beständer kann man das so sagen doch da drüben die anlage findet noch jemand interessant geräusche ich wollte erstmal hier wenn es den schlüssel nach tenor wirklich gibt muss er hier sein und wenn nicht komm runter komm runter ich wollte doch nur mal gucken okay dann aufwärts der reha flügel toffel wir sind zu hause der rehaf so Vielen Dank.